Ohne den schafft man mal... Ich hab's... Ja, ich hab schon mal versucht Minecraft und crafting time. Nein, wo du Minecraft das allererste Mal gespielt hast. Da schlagen wir jetzt mal so ein Thema einfach mal an. Wie war das für dich? Also, hast du vorher... Ja, ne, ich hab das noch nie gezockt und ich wusste nicht, was man machen soll. Ich hab, glaube ich, eine Stunde lang gespielt und hab nicht gewusst, was man machen kann. Nur mir mit Too Many Items alles gecheatet. Nein, Too Many Items hatte ich jetzt nicht zum Beispiel. Also, das erste Mal, wo ich Minecraft gespielt habe, ich wusste nicht, dass man was craften kann. Ja, ich auch nicht. Das... Das man in Inventar, das wusste ich auch nicht. Ja, das ist logisch, ne? Was soll man das doch wissen, so als Leier? Na, zur Armee kommst du nicht, auch so kleine Schlampe? Oh, das ist Schlampe, oder was? Ja, man. Geh auf den Strich, du Hau, Mann. Er kommt jetzt gar nicht, er hört Schlampe. Scheiße, stimmt. YouTube Partner. Äh, ich meine, du blöde Ganz. Ah, ne, äh, wir machen mal so. Ey, hier, frat mal das Fleisch. Da, 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 da. Ah, nicht aufreffen. Alter, du Cheetah, Junge, ich hab auch so viel. Ach, scheiße. Ich hab auch ein paar Kühe geschlachtet. Ey, du musst mir mal... Ach so, wir bauen ja mit, äh, ja, ne? Also mit Keller. Ja, klar. Erstmal so ein kleines Ding bauen. Ich brauch gleich zwei Betten, damit wir pennen können, ne? Ich hab mich keinen Bock hier zum Dunkeln noch irgendwo rumzugeistern. Ach, komm, ist doch kein Ding. Ähm, halt. Oh, Höhle! Wow, die hab ich schon vorhin entdeckt. Naja, komm, nur aufzulügen. Guck dir eine, dann sei ja, hab ich Höhle da drin. Das füge ich nachher noch schnell ein. Höhle! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, okay. Gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, Kohle. Du solltest dir vielleicht... Ja, wir brauchen Emeralds, um mit den Dorfbohren zu handeln, wenn ich mal welche finde. Äh, das gibt's noch nicht in 1, 2, 5. Scheiße, stimmt. Das ist ja Ticket. Ah, doch in 1, 2, 5. Ja, aber wir brauchen nicht handeln. Dafür gibt's ne Query und, äh, alles, den Rest. Ach, du bist da unten? Ja, hab ich doch gesagt, Höhle! Und so. Ja, klar, jetzt wirst du, jetzt wirst du, jetzt wirst du, jetzt wirst du in Skype einfach mal so angeschrieben, ne? Also, ne, nein. Das mach ich jetzt nicht, es geht nicht. Skype, na gut, du kannst in Skype gehen, mir ist es doch Wayne, du nimmst doch nicht auf. Ja. Ist doch egal. Ja, ich weiß, aber ich geh trotzdem nicht dran. Wenn ich später mal aufnehme, was dann? Tja, dann müsst ihr halt weinen, ne? So, da wär der Boden und der Grundstein schon mal ersetzt, ne? Wollen wir mal die Gamer mal herausfordern? Nein. Ich beschwöre Akta. Okay, ich beschwöre. Hey, ist die Leiter, voll der Aimbot, Mann. Aimbot, Junge. Aimbot-Skill, echt jetzt? Oh, nie gehört. So. Ähm, ich baut zwei Betten, dann kommst du hochschlafen. Okay, kein Ding. Ähm, wie komm ich hoch? Soll ich ein Bett schlafen, oder? Nein, lass mal. Ich bin nicht pädophil. Das ist nicht bewiesen. Der erste Part ist färdeig. Der erste? Und hast du jetzt, äh, hast du gestaubt? Ne, ne? Nö, ne, ich lass das weiterlaufen. Ich wollte schon sagen. Okay, komm hoch. Äh, hast du mich eingebaut, Junge? Ich wollte schon sagen. Jetzt komm, leg dich hin, Mann. Alter! Hab ich mich jetzt erschrochen? Jetzt leg dich hin, Mann! Junge! Boah, lass mal alles schön angucken, ne? So, sehr gut. Erstmal was getrunken, ey. Stimme versagt ja förmlich. Äh, Cheater. Ey, jetzt ist unser Spawnpunkt gesetzt. Waaah! Boah, wir bauen unser Haus aus Marvel. Uhuhu. Hm? Komm mal runter hier. Ich brauche erstmal Spitzhack oder so. Hat er gar keinen Kopf. Gib mir mal einen Spitzhack. Ähm, ich... Warte, ich komm hoch. Junge, Junge. Ja, ich bin hier. Siehst du das Weiße? Alter, du hast einen Eisenspitzhack. Nein, das ist Stein. Ah, jetzt hat er mir so einen halb kaputt gegeben. Ja, ich hab keine Ahnung. Was hab ich denn gesagt? Wir bauen unser Haus aus Marvel. Komm mal runter. Ja, ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich das zeigen, aber du magst mich ja nicht. Na, das hat aber nichts damit zu tun. Genauso, wie sehe ich in dem Kleid fett aus? Joa, schon, aber das liegt sicher nicht am Kleid. Oh, das ist fies, Mann. Ja, ich denk schon, das kannst du jetzt bestimmt mal schnell eine Stelle. Wir brauchen Gummibäume. Ähm, weiß ich, wo ganz viele sind. Ja, okay, dann ist gut. Wenn du das weißt, dann weißt du's. Ja, ich weiß, du weißt. Okay, dann ist okay, dann weißt du's. Oh, ich stimm mal ruhig. Ich denk mal so, ein Stack Marvel wird erstmal rechnen. Zwei Stacks. Ja, die Spitzhack ist gleich kaputt. Ich hab mir eine Eisenspitzhacke gemacht. Na, hast du mir auch eine gemacht? Nein. Warte mal. Warte mal. Ich mach dir jetzt eine. Jetzt will er mich hauen. Nee, er haut nicht, er haut nicht schnell. Eisenspitzhacke, Eisenspitzhacke. Fuck dich doch einfach, Mann. Was ist passiert? Oh, oh, oh. Ich wollte ihn grad machen. Hier, da schenke ich dir. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hab mich schwered. Ich hab mich schwered. Hm, warte mal ganz kurz. Okay, was machst du jetzt? Na, los. Na, lass, haue nach. Nein, du bist ein Game Mode. Geh weg. Ja. Hör auf. Hör auf, bitte mal. Tu nix gegen den Atmen. Ähm, nein, lass mal. Das ist jetzt so, so anfangs bisschen Spaß, also nicht. Ich hab Angst vor Ihnen, helft mir, Leute. Hilft ihm nicht, sonst führte ich euch. Du hast ja was genommen. Und Kohle mitnehmen. Ganz viel. Ja, nimm du dir die Kohle. Ich fahre ein bisschen. Gold. Nee, Eisen. Gold. Nee, Eisen. Nee, Eisen. Ja. Ich dachte schon. Na gut, Eisen ist besser. Was ist das denn? Ach, Kopper. Ey, ich hab Kopper gefunden. Ich schluss gleich. What are you doing here? Lock den ja nicht zu mir. Ich bin im Loch, du Schlampe. Ähm, warte, das hat jetzt keiner gesehen. Wow, 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 Zombie. Okay, hat sich erledigt. Nein, wir benutzen. Äh, wir machen ohne Safe und Sonne. Ja, das ist das. Ja. Ja. Nein, Spaß. Ich mach das natürlich wieder weg. So. Und es gibt da gar noch gar... Gibt's Emeralds in 1.3? Emeralds? No, glaub ich nicht. Doch, äh, die von Industrialcraft her, die gibt's aber mehr auch nicht. Ach so. Ja. Das sind Osmaragde, um genau zu sagen. Ja, also wir wollen ja immer nicht vom Thema... Ja, ja, stimmt. Da erkannt's ja. Es ist ein deutsches Let's Play. Ein deutsches Let's Play. Mit deutschen Spielern von Deutschland. Ich muss Skype gucken, lass da richtig auf. Oh, der hat auch was genommen. Der hat auch irgendwas genommen. Wer denn? So ein komischer. Einfach so ein Pedo ist das auch so. So ein Schwuler. Also so 90% seiner Freunde. Ich bin die 10%, die nicht schwul sind. Klar, du bist einer der 90%. Mhm. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Wie war das? Der Genommene ist schwul. Der was? Ich hab nicht gesagt. Okay, du berät in vollen Sätzen oder lass es. Der Genommene ist schwul. Also... Versteht keiner, tut mir leid. Ja, okay. Der war flache, ne. Soll ich Enter drücken? Nein. Guck dir mal in Let's Play. Du kannst ja deinem Let's Play gucken, was ich eigentlich geschrieben hatte. Ja. Was hatte ich geschrieben, was denkst du? Fick dich. Ne, was hatte ich geschrieben, was denkst du? Fuck you. Nein. Was hat ich geschrieben? Ey, spinne. What are you doing here? Okay. Wie viel? Wir haben... Okay, ich hab... Ich mach auf 3,6... Ah, rrrr. Schwanzmann. 3,6 Mabel und jo. Dann reicht, ne? Vorerst. Dummer. Ja, reicht vollkommen. Ey, das sind Kälbsspinnen sind das. Gut. Sie können sich noch mehr verprügeln. Das ist nicht. Nicht gut. Wir haben mich eben grad mal prügelt. Oh, das ist vergewaltigt schon wieder. Mhm. Tut mir leid. Das kriege ich dafür. Das kriege ich dafür. Nix. Okay. Das, ne, stimmt. Du kriegst dann noch ein Pferd, ne? Ich muss dann noch ein Pferd schenken. Wow, Creeper! Alter! Ge explodieren waren das, Mann. Der Creeper kriegt unsere Brücke weg, das snackt. Stimmt, ich sollte die Sounds vielleicht mal wieder anmachen. Hm? Oh, hab ich ein Glück heute, ey. So. Es ist ein Squidporn. Es ist ein Squidporn. Es ist ein Squidporn. Ich kann sich auch mal ein bisschen lauter drehen. Das würde jeder sehr gerne. Okay, ähm. Hast du Fleisch gebracht? Eisen, Eisen, Eisen. Okay, das hört sich nicht gut an. Ähm. Eisen, Eisen, Eisen. Einmal wo an, so. Mam, 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 mam. What the fuck? Ups, das war. Hab keiner gesehen, hab keiner gesehen, hab keiner gesehen. Wow. Eine Fuck, hier brauch ich noch. Jo. So, sind wir wieder voll. Oh, ich baue mal einen Eingang, ne, Doma? Epic. Okay, creepy, creepy, creepy. Hoffentlich stirbst du nicht. Der hat nicht Bum gemacht. Der hat nicht Bum gemacht. Hat er nicht Bum gemacht? Nein. Das macht man eigentlich als nächstes jetzt. Wir bauen uns irgendwo ein richtiges Haus, würde ich sagen, ne? Nehmt das ja dann als Lager, hallo und so. Da wär' ich mal dafür. Du, nicht ich. Was? Oh, hallo mein beste Freund. What are you doing here? I can't see you, you can't talk me. Äh, you, you can't not see me. War das doch nicht, oder? Ist, ist, ist alles gut dumm. Ah, ja. Die Männer in weißen Mäffeln kommen gleich. Mit der weißen Jacke? Die kenn' ich doch. Ich spür's, die kommen jeden Tag bei dir vorbei, ne? Ja, müssen wir flicken. Ich geh mal Holzfarben. Ähm, soll ich Wubberwood suchen? Ja. Wäre sehr... Alter, was ist das für ein riesen Vulkan? Nein, ich wacke da jetzt hin und hole mir davon ein bisschen Stein. Der Stein ist kacke. Der Stein sieht, gell, auch so. Hallo Skelett. Ich finde, ich finde den Vulkan voll, gell, guck mal wie riesig der ist, man. Ich seh ihn nicht. Nicht, sollst du zu mir forten? Nein. Und den Labor fallen lassen? Ich kletter da jetzt hoch. Okay. Leute, ihr seid... Echt jetzt? Haha. Ich bin so gut wie tot. Leute, ihr... Haha. Ihr seid jetzt Zeuge von einer Bergklettertour, die ihr noch nie gesehen habt. Äh, den epischsten. Die Luft hier oben ist so trocken. Ich glaub, ich schaff das nicht. Aber ich halt durch. Für euch. Okay. Wie viel denn noch, Mann? Ich will ja nix wegschlagen. Ich will mir so hochkommen. Habt ihr nicht gesehen. Ich darf nicht zu nah an die Lava fahren. Sagt mir, was hat er getan? Ich bin gar nicht. Oh, hier bin ich. Oh, hier bin ich. Oh! 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 Ich will anden von heute! Oh! 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......